Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Eckhard Buchholz-Schuster. Ich unterrichte an der Hochschule Coburg im Rahmen des Lehrgebietes rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der sozialen Arbeit. Und ich freue mich darauf, mich in den kommenden Minuten im Rahmen der Kreapolis-Reihe Was ist? mit der etwas komplexen Frage Was ist Gerechtigkeit auseinanderzusetzen? Ich möchte diese Fragestellung aus unterschiedlichen rechtsphilosophischen Perspektiven ein wenig für Sie beleuchten. Und ich werde in diesem Zusammenhang in vier Schritten vorgehen. Wir wollen uns zunächst der Frage zuwenden, was Gerechtigkeit eigentlich im Kern bedeutet. Was ist das klassische Gerechtigkeitsverständnis? Was ist eigentlich das zentrale Element? Dann gehen wir über zum Schritt zwei und richten den Blick auf die Frage, was es eigentlich im Einzelfall so schwierig machen kann, dass man etwa in politischen Diskussionen zu konsensfähigen Gerechtigkeitsvorstellungen kommt. So dann werde ich drei unterschiedliche rechtsphilosophische Gerechtigkeitskonzepte vorstellen aus unterschiedlichen Epochen und abschließend im vierten Schritt den Blick weiten in Richtung einiger aktueller Gerechtigkeitstheoretischer der Diskussionsfelder. Schritt eins. Was ist Gerechtigkeit im Kern? Sie sehen hier einen jungen Mann, der einen Paragrafen symbolisch in die Höhe hält. Und ja, man ist jetzt vielleicht versucht, die Frage zu beantworten in Richtung bestehenden Gesetzesrechte. Möglicherweise ist es ja bestehendes Gesetzesrecht. Möglicherweise sind es Paragrafen, die letzten Endes im Kern repräsentativ für das Thema Gerechtigkeit stehen. Gewisse Zweifel sind aber angebracht. Möglicherweise ist bestehendes Gesetzesrecht ja nicht immer hundertprozentig gerecht. Näher kommen wir der Frage nach dem Wesen von Gerechtigkeit. Wenn wir das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aufschlagen und mal in den Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz reinschauen, der da lautet, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Gleichheit scheint das traditionelle klassische Element von Gerechtigkeit zu sein, aber damit beginnt eine Vielzahl von Fragen. Dies sei verdeutlicht anhand eines kleinen praktischen Beispiels. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Geburtstagskuchen vor sich auf einem kleinen Kindergeburtstag, um die Verhältnisse etwas überschaubar zu gestalten. Gehen wir einfach mal davon aus, dass nur drei Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer anwesend sind. Eine Gastgeberin vier Jahre alt, zwei Gäste, vier und zwei Jahre alt. Und die gerechtigkeitstheoretische Herausforderung lautet, wie teilen wir diesen Kuchen gerecht auf? Ja, wenn wir doch wissen, Gerechtigkeit bedeutet im Kern Gleichheit, könnten wir zunächst einmal versucht sein zu sagen, Gleichheit, dieses Gerechtigkeitsprinzip, das verstehen wir rein numerisch. Das würde bedeuten, jeder, der an dieser Geburtstagsparty teilnimmt, der bekommt ein Drittel des Kuchens. Aber wir könnten auch auf eine andere Idee kommen. Wir könnten überlegen, ob die teilnehmenden Personen an dieser kleinen Geburtstagsparty nicht von Haus aus unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen, beispielsweise im Hinblick auf das jeweilige Alter. Eine Idee könnte also beispielsweise lauten, hier eine verhältnismäßige, nicht numerische, sondern verhältnismäßige Gleichheit herzustellen, derart, dass sich die Größe des Kuchenstücks am jeweiligen Alter der teilnehmenden Personen orientiert. Dass also beispielsweise die beiden älteren Teilnehmer einen größeren Anteil vom Kuchen kriegen, als der kleine Gast, der erst zwei Jahre alt ist. Andere würden sagen, lass uns das doch auf den Kopf stellen. Derjenige, der erst zwei Jahre alt ist oder diejenige, der oder die hat doch offensichtlich Nachholbedarf gegenüber den beiden Älteren. Also, warum nicht dem kleinsten Kind an dieser Stelle das größte Kuchenstück zukommen lassen? Unterschiedliche Verständnisse von Gleichheit kommen hier zum Ausdruck. Wir könnten auch auf die Idee kommen, eine Art prozedurale Theorie der Gerechtigkeit zu entwickeln, die da lauten würde, sollen die sich doch untereinander einigen. Sie wären schon eine für sich schlüssige, plausible und als gerecht zu akzeptierende Lösungen gemeinsam herausarbeiten können. Wir merken also, Gerechtigkeit ist im Kern zwar Gleichheit, aber dennoch keine Mathematik. Die Frage nach dem in Anführungsstrichen richtigen Verständnis von Gleichheit in Bezug auf eine bestimmte Lebenssituation, die ist alles andere als trivial. Und das erkennen wir auch, wenn wir ein weiteres Beispiel etwa aus dem Bereich des Strafrechts herausgreifen. § 244 Absatz 1 Strafgesetzbuch, das ist der Tatbestand des Wohnungseinbruchdiebstahls und der sieht für entsprechende Delikte einen Strafrahmen von immerhin sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe vor. Das ist also ein sehr breiter Strafrahmen, innerhalb dessen das Gericht jetzt unter Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Strafzumessungsschuld eine gerechte Lösung, ein gerechtes Urteil herausarbeiten muss. Gleichheit, aber keine Mathematik. Schritt zwei, methodische Herausforderungen bei der Herstellung konsensfähiger Gerechtigkeitsvorstellungen. Gleichheit, das hatten wir gerade gesehen, oder auch das Verständnis von Gleichheit ist sicherlich eine Herausforderung bei der Herstellung konsensfähiger Gerechtigkeitsvorstellungen. Aber es gibt weitere Bereiche, die im Einzelfall Probleme bereiten können. Die können angesiedelt sein, beispielsweise auf der kommunikativen Ebene, aber auch im Bereich stillschweigender, unausgesprochener methodischer Prämissen liegen. In jedem Falle sollten wir dort, wo wir versuchen, für eine bestimmte Lebenssituation bestimmte Handlungsanweisungen gerecht und auszugestalten und zu formulieren, unseren eigenen Gerechtigkeitsstandpunkt möglichst rational zu begründen. Das versteht sich eigentlich von selbst, im Sinne einer möglichst klaren Handlungsorientierung, aber auch im Sinne einer möglichst transparenten Argumentation und Legitimation. Jedoch gibt es auf der anderen Seite Grenzen rationalen Argumentierens, nicht nur ganz allgemein im Leben, sondern natürlich auch und gerade im Hinblick auf die Konkretisierung individueller Gerechtigkeitsvorstellungen. Einige dieser Grenzen rationaler Argumentation sind an dieser Stelle aufgelistet. So kann es beispielsweise sein, dass die Sprache des Senders oder auch die Zielsetzung des Senders derjenigen Personen, die in einer konkreten Situation behauptet, im Sinne der Gerechtigkeit zu argumentieren, die fuß oder unscharf sind. Möglicherweise argumentiert ein Mensch im Sinne von Gerechtigkeit, verwendet entsprechende Argumente aber nur im Sinne eines Scheinargumentes und verfolgt in Wahrheit individuelle Ziele, die mit Gerechtigkeit nicht wirklich viel zu tun haben. Möglicherweise bedient er sich aber auch einer sehr komplexen philosophischen Sprache, die es den Adressaten der jeweiligen Gerechtigkeitsargumentation erschwert, dem jeweiligen Konzept und Gedankengang zu folgen. Und schließlich kann es sein, dass, ohne dass dies wirklich klar und ausgesprochen wird, verschiedene Menschen, die sich über das Thema Gerechtigkeit in Bezug auf eine konkrete Lebenssituation den Kopf zerbrechen, sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen vom Verhältnis von Sein und Sollen haben. Das möchte ich erläutern. Worum handelt es sich hier? Verstehen wir unter Sein die empirische Welt alles das, was man greifen, messen, vielleicht auch nachlesen kann? Und zu dieser empirischen Welt würden wir einige der Faktoren zählen, die Sie hier auf dieser Liste hinter mir sehen. Die Natur, der Mensch, die Moral, vielleicht soweit man bestimmte Moralvorstellungen in Büchern nachlesen kann. Kunst im Sinne von Kunstgegenständen, die man empirisch greifen kann, Wissenschaft, die zu empirisch überprüfbaren Ergebnissen führen sollte oder auch das Recht im Sinne von Gesetzen, die man in Gesetzbüchern nachlesen kann. Dieses, das Sein im Bereich der empirischen Welt. Und dem gegenüber stellen wir jetzt das Sollen, die Welt der Werte. Und da erkennen wir beispielsweise im Hintergrund der Natur den Wert des Naturschutzes. Die Menschen, die werden durch Menschenrechte geschützt. Moral wird sich vielleicht üblicherweise am Wert der Gutheit orientieren. Bei Kunst ist die Sache vielleicht schon etwas schwieriger. Schönheit ist sicherlich ein klassisches Ideal der Kunst. Heutzutage ist Provokation sicherlich nicht weniger wichtig. Wissenschaft sollte sich an Wahrheit orientieren. Aber was ist Wahrheit? Da könnten wir gleich die nächste philosophische Streitfrage aufmachen. Und Recht, und da kommen wir wieder auf unseren Ausgangspunkt zurück, sollte sich eigentlich am Wert der Gerechtigkeit orientieren. Und zu diesen beiden Welten gibt es nun unterschiedliche Thesen im Hinblick auf die Frage, in welchem Verhältnis diese beiden Welten zueinander stehen. Und die sind jeweils aus bestimmten Grundhaltungen der Welt heraus gespeist. Idealtypisch vereinfacht gibt es drei Thesen, wonach die erste auf dem Standpunkt steht, dass Sein und Sollen letzten Endes identisch sind. Dieses ist die These kultureller Hochzeiten, wie etwa des klassischen Altertums bei Aristoteles. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von Ontologie. Hier geht es um Epochen, die durch ein hohes Maß an Seinsvertrauen gekennzeichnet sind und die die empirische Natur, so wie sie sie vorfinden, im Prinzip auch als Idealzustand, als werthaften Idealzustand interpretieren. These zwei, Sein und Sollen sind getrennt. Eine sehr skeptische These, die vom Zweifel über die Wahrnehmung unserer Welt gekennzeichnet ist und die ganz im Gegensatz zur These eins bestreiten würde, dass sich aus dem empirischen Sein irgendwelche ethischen, auch gerechtigkeitstheoretischen Schlussfolgerungen ziehen kann und umgekehrt. Und These drei, ja, resultierend vielleicht aus einer Befindlichkeit, wie sie für unsere pandemischen Zeiten oder auch für unsere durch Klimawandel geprägte Zeit sehr typisch ist, die Befindlichkeit der Erschütterung. Und daraus resultiert eine Auffassung oder eine These, die die Welt des Seins und Sollens als aufeinander bezogen ansieht. Ja, möglicherweise sollten wir unsere Welt eben doch im Sinne von mehr Klimagerechtigkeit umgestalten oder vielleicht sollten wir eben doch auf eine gerechte Verteilung von Impfstoffen hinwirken vor dem Hintergrund der Pandemie, auch wenn wir im Detail nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit die Frage beantworten können, was denn im Einzelfall eigentlich eine gerechte Lösung darstellt. Diese drei Thesen sind nun kein rein akademisches Glasperlenspiel, sondern die haben einen sehr, sehr engen Bezug zu der Frage, wie ich in einer konkreten Situation gerechtigkeitsbezogen argumentiere. Je nachdem, auf welchem Fundament ich nämlich stehe, hat ein moralischer Satz, wie zum Beispiel der, den Sie hier hinter mir sehen, handle gerecht eine völlig unterschiedliche Verbindlichkeit. Wenn ich die Gerechtigkeit und die Natur oder auch die empirischen Verhältnisse als weitestgehend deckungsgleich ansehe, dann ist das eine absolute Verbindlichkeit, im Prinzip gerecht zu handeln, weil ich mich durch ungerechte Handlungen eigentlich in Widerspruch gegenüber der existierenden Welt setze. Wenn ich demgegenüber einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der empirischen Welt und der Welt der Werte bestreite, dann hat ein Satz im Sinne von handle gerecht keine sehr, sehr hohe Verbindlichkeit. Ich könnte dann zum Beispiel auf die rechtsphilosophische Idee kommen, zu sagen, handle doch nicht unbedingt gerecht, aber handle wenigstens auf Grundlage der empirisch nachweisbaren bestehenden Gesetze. Ob die dann gerecht sind oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage, über die die Menschen sich streiten mögen. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Frage der empirischen Ableitbarkeit moralischer Grundsätze. Diese ist, je nachdem, im Sinne der These 1 ohne weiteres möglich, im Sinne der These 2 unmöglich und im Sinne der These 3 nur begrenzt möglich. Damit haben Sie einen kleinen methodischen Einblick erhalten, jetzt im zweiten Schritt hinter die oft versteckten Prämissen, die Konsens in Bezug auf gerechtigkeitsbezogene Fragestellungen sehr stark erschweren können, weil man sich bei Licht betrachtet sehr häufig noch nicht einmal im Hinblick auf die Frage einig ist, wie verbindlich eigentlich bestimmte gerechtigkeitsbezogene Forderungen sind und inwieweit ich sie schlüssig oder auch weniger schlüssig aus der empirischen Welt ableiten kann oder nicht. Schritt 3. Drei rechtsphilosophische Gerechtigkeitskonzepte. Das erste Konzept von Aristoteles aus dem klassischen Altertum, davon war ja soeben schon die Rede. Aristoteles unterscheidet in seiner nikomachischen Ethik zwei unterschiedliche Formen von Gerechtigkeit, denen jeweils unterschiedliche Gleichheitsverständnisse zugrunde liegen. Zunächst die ausgleichende Gerechtigkeit, man könnte hier vielleicht auch sagen, eine absolute numerische Gleichheit von Leistung und Gegenleistung ist hier gemeint. Wenn wir an das Beispiel mit dem Kindergeburtstag denken, dann würde ich schon sagen, dass hier die numerische Gleichheit bei der Aufteilung von Kuchenstücken gegebenenfalls wirklich auch dazu führen würde, dass jeder ein Drittel erhält, auch wenn dieses Gleichheitsprinzip natürlich sehr stark im Sinne von Vertragsgerechtigkeit interpretiert wird, also von Leistung und Gegenleistung. Die zweite Gerechtigkeitsform an dieser Stelle, die austeilende Gerechtigkeit im Sinne von verhältnismäßiger Gleichheit, ist eine Form, bei der es jetzt nicht immer um exakt prozentual gleiche Aufteilung unterschiedlicher Aspekte bzw. Verteilungsgegenstände geht, sondern bei der durchaus eben auch an individuelle Umstände der jeweiligen Lebenssituation angeknüpft werden kann. Auch hier wieder das Beispiel mit dem Kindergeburtstag und dem Kuchen, der zu verteilen war, da war ja eine Variante die, dass wir gesagt haben, schauen wir mal aufs Alter und gucken wir, ob wir dem Alter der Geburtstagsteilnehmerinnen und Teilnehmer möglicherweise Anknüpfungspunkte für eine gerechte Verteilung entnehmen können. Soweit wir es hier um Gerechtigkeit oder mit Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Vertragsverhältnissen oder auch auszuteilender Leistungen wie beispielsweise Sozialleistungen zu tun haben, könnte man sagen, ist das im ethischen Sinne ja vielleicht nicht unbedingt weiter problematisch. Aber Sie sehen es hier im Hintergrund, ich habe versucht, diese beiden Gerechtigkeitsvorstellungen jetzt mal auf den Bereich strafrechtlicher Fragen zu übertragen. Und da könnte man natürlich bei dem Thema absolute Gleichheit auch versucht sein, im Strafrecht die Konsequenz einer Todesstrafe für den Mörder zu ziehen. Während man im Bereich der austeilenden verhältnismäßigen Gleichheit eher zu Zielvorstellungen käme, wie sie für das moderne Strafrecht prägender sind, nämlich Zielsetzungen etwa im Sinne von Resozialisierung oder auch im Sinne von sozialer Wiedergutmachung als Konsequenz auf eine begangene Straftat. Zwei sehr interessante Gerechtigkeitsformen, Gleichheitsformen, die Aristoteles hier unterscheidet und die im Grunde genommen uns wirklich auch bis in die Gegenwart hinein in den unterschiedlichsten Lebensbereichen prägen. Zweites Beispiel Immanuel Kant. Was Sie hier rot hinter mir sehen, ist ein kurzer Blick, eine kurze Zusammenfassung auf Kants erkenntnistheoretische Grundlage. Er hat den philosophischen Beweis erbracht, dass die Metaphysik, also jene Wissenschaften, die nicht im naturwissenschaftlichen Bereich zuzurechnen sind, niemals allgemeingültig mathematisch exakt betrieben werden kann, weil wir alle natürlich in unterschiedlicher Weise durch unterschiedliche Biografien geprägt sind. Empirie hat in unterschiedlicher Art und Weise auf unser Wertebewusstsein eingewirkt und deswegen werden wir hier nie zu allgemeingültigen mathematisch exakt nachweisbaren, verifizierbaren Gerechtigkeitsvorstellungen gelangen können. Die Konsequenz, die Kant daraus zieht, lautet, dass er die subjektive Moralität an die Stelle objektiver Ethik treten lässt. Das heißt, er gibt salopp formuliert eine Art Kochrezept vor, wie wir zu vernünftigen, gegebenenfalls eben auch gerechten Ergebnissen gelangen können. Und das ist der berühmte kategorische Imperativ. Man soll so handeln, dass die Maxime des eigenen Willens jederzeit auch als ein Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung angesehen werden könnte, beziehungsweise als solches gelten könnte. Nummer drei, Rechtsidee nach Gustav Radbruch, eine Gerechtigkeitskonzeption des 20. Jahrhunderts. Gustav Radbruch war ein sehr prominenter deutschsprachiger Rechtsphilosoph in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bei ihm ist das Thema Gerechtigkeit sehr stark natürlich auch auf Recht und Gesetzesrecht bezogen. Klar, er war schließlich Rechtsphilosoph. Gerechtigkeit ist für ihn also gleichbedeutend mit einer Rechtsidee, einer Idee, der staatliches Gesetzesrecht im Idealfall folgen sollte. Und hier unterscheidet er im Wesentlichen drei Elemente. Zunächst die Gerechtigkeit im engeren Sinne. Hier sind wir im Prinzip auf der Spur des klassischen Gleichheitsgrundsatzes, wie wir ihn auch bei Aristoteles finden. Dann ein inhaltliches Gerechtigkeitselement oder bei Licht betrachtet eigentlich auch wieder drei mögliche Höchstwerte, Freiheit, Macht, Kultur. Der Gesetzgeber verfolgt schließlich immer bestimmte Zwecke mit den Gesetzen und muss hier ein angemessenes Verhältnis dieser Höchstwerte, Freiheit, Macht, Kultur idealerweise natürlich im demokratischen Diskurs entwickeln und schließlich die Rechtssicherheit, die durch staatliche Gesetze ja letzten Endes auch sichergestellt werden soll. Diese Rechtsidee kann innere Spannungen aufweisen. Dort, wo der Gesetzgeber im Einzelfall Gesetze erlässt, die nach Wahrnehmung weiter Kreise der Bevölkerung oder auch einzelner Menschen Gerechtigkeitsdefizite aufweisen, die inhaltlich unzweckmäßig erscheinen oder die im Extremfall sogar extremes Unrecht darstellen. In einer solchen Situation kann der Block auf der rechten Seite die Rechtssicherheit in Widerspruch geraten zu den übrigen Gerechtigkeitselementen und es stellt sich dann die Frage, wie kann man diesen innergerechtigkeitsbezogenen Konflikt auflösen. Hierfür ist geprägt worden von Gustav Radbruch im Jahre 1946 die berühmt gewordene Radbruchsche Formel, wonach der Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Rechtssicherheit dahingehend zu lösen ist, dass grundsätzlich das positive Gesetzesrecht den Vorrang hat, auch dort, wo man es im Einzelfall mal für unzweckmäßig oder ungerecht hält, aber dort, wo der Widerspruch des Gesetzes zu Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz der Gerechtigkeit zu weichen hat, da wird es letzten Endes dann an dieser Stelle auch unverbindlich. Das heißt, für Gustav Radbruch ist Gerechtigkeit letzten Endes auch ein ethisches Korrektiv gegenüber extrem ungerechten Gesetzen und man muss vielleicht aktuell auch mal über die Frage nachdenken, ob in unserer Zeit nicht auch staatliches und überstaatliches Unterlassen, wenn wir etwa an das Thema Klimawandel oder an die Situation auf dem Mittelmeer denken, zu extremem Unrecht führen kann. Vierter und letzter Schritt, ein Blick auf aktuelle Diskussionsfelder. Natürlich gibt es einzelne Teilaspekte von Gerechtigkeit, das sind gewissermaßen, sage ich mal, gerechtigkeitstheoretische Klassiker, die zeitübergreifend immer wieder diskutiert werden in unterschiedlichen rechtsphilosophischen Diskursen mit unterschiedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, beispielsweise die Frage nach dem je angemessenen Verständnis von Gleichheit, nach dem Stellenwert der Menschenrechte bezogen auf Gerechtigkeit, nach den Möglichkeiten der prozessualen Verwirklichung von Gerechtigkeit und damit meine ich an dieser Stelle nicht nur die forensische Verwirklichung vor Gericht, sondern auch die gerechtigkeitstheoretische Verwirklichung von Gerechtigkeit, der Stellenwert von Rechtssicherheit und Vernunft, all dieses sind klassische Themen der Gerechtigkeit, die wir etwa auch bei Gustav Radbruch in seiner entsprechenden Gerechtigkeitskonzeption wiederfinden. In den letzten Jahrzehnten ist in Deutschland besonders intensiv diskutiert worden, immer wieder auch die Frage der rationalen Bestimmungen oder Bestimmbarkeit von extremem Unrecht. Wenn man etwa auf die Grenzgesetzgebung der ehemaligen DDR schaut, die nach 1990 vor bundesdeutschen Gerichten auf den Prüfstand gestellt wurde, dann kreiste bei der normativen Befassung mit dieser Fragestellung oder dann kreiste die normative Befassung mit dieser Fragestellung auch immer wieder um die Frage, ob und wenn ja, wie es denn überhaupt möglich ist, extremes Unrecht rational herauszuarbeiten und zu begründen und als solches zu qualifizieren. Und diese Fragestellung steht letzten Endes auch im Zusammenhang mit den beiden letzten auf dieser Folie gelisteten Punkten und Sie sehen es ja ganz unten sind noch drei Pünktchen. Man könnte die Liste sicherlich noch eine ganze Zeit lang fortsetzen. Gerechtigkeit in einer nicht idealen Welt und Klimagerechtigkeit. Wie gehen wir denn mit einer Situation um, in der wir beispielsweise feststellen, dass bestimmte Prinzipien von Klimagerechtigkeit in der Praxis eben nicht gelebt werden und das immer wieder gegen Gerechtigkeitsprinzipien verstoßen wird. Nicht nur beim Klimagerechtigkeitsthema, sondern auch bei anderen Gerechtigkeitsthemen. Was machen wir dann? Müssen wir unsere Zielsetzung herunterschrauben? Müssen wir weniger ehrgeizig werden oder müssen wir zu einer anderen Verteilung von Lasten und Pflichten kommen, die eigentlich dem ursprünglichen Gerechtigkeitsverständnis nicht mehr in idealtypischer Weise entspricht? Wie gehen wir mit Gerechtigkeit in einer nicht idealen Welt um und wie passen wir unsere Gerechtigkeitsprinzipien entsprechend an, wenn wir sie denn anpassen müssen? Ja und damit bin ich im Grunde genommen eigentlich auch schon am Ende angekommen oder vielleicht stehe ich, stehen wir ja auch noch ganz am Anfang, denn das war und noch viel mehr ist Gerechtigkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.